Der Willow-Leitungskongress in Dortmund kommt immer näher. Im Februar nächstes Jahr treffen wir uns in Dortmund und ich freue mich sehr darauf und ich möchte mich besonders an dich wenden, wenn du unter 25 Jahre bist. Warum? Ich glaube, Will Halbels und andere haben als geistige Väter einen Hammerjob gemacht und machen ihn immer noch und sorgen dafür, dass wir in diesem Windschatten Gas geben können. Und je jünger, desto besser, weil ich glaube, dass Gott großartiges vorhat in Deutschland und nach Menschen sucht, die sagen, auf der einen Seite, wenn Gott sagt, sag nicht, du bist zu jung, sich einfach senden lassen und sagen, ich bin bereit. Und auf der anderen Seite sucht Gott eben dieses Herz, das ich senden lasse. In dem Sinne, ich freue mich drauf, dich in Dortmund zu sehen. Lad alle Leute ein, unter 25 gibt es ganz besondere Angebote. Schau am Web vorbei, dort findest du mehr Infos. Wir sehen uns in Dortmund. Bis zum nächsten Mal.